ja 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 moment mensch alle müssen wir doch mal gleich kostet sieben euro oder sieben euro und damals kam es irgendwas mit 14 15 euro oder so ich würde es mal sagen alle auf dem biker haka haka irgendwas ja und der zieht auf mich nee weil der ist ja da können wir nicht mehr zu uns weißt ja was nehmen wir doch mal schön ist ich weiß jetzt aber auch mein bild sieht man nicht so maurice ich hoffe man nicht dass ich treffe ja und es gibt was uns schützt bei h1 hat uns voll ungemütlich ach die ihr schießt wo alle oder was ist ja lustig wer hat auf mich geschlossen geschossen weg wird topi wohin schießen du schlinger du sollst nicht bis sie abschießen ich sehe das genau da weil dein rohr genau so bis sie zeigt jetzt kann man einstellen einstellen ob tobi möchtest du mit ts kommen das kann man einstellen ob ja single typ oder halt alle mit einmal oder nicht alle mit immer und so wow ich habe getroffen oh mein gott ich bin so gut genau auf den berg getroffen hammer geht in dein ding yeah nice c mix nächste runde gerne so warte mal scheint jetzt eigentlich ganz guten lauf gehabt können so fahren mit den dingen ja ja kaktus ist immer gut auf geht's geht los nee es gab kein geburtstagskuchen dafür gibt es amicelli ja kaktus hat sich geschossen ey wer hat auf mich geschossen dich nicht nein du doch nicht nein du doch nicht nein segerstar alles klar tobi alles klar tobi achso ich mache irgendwie weird random oh henni muss sich konzentrieren ja 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 und das ist so bei den gewinnen spiel läuft es halt so dass die leute auch da sein müssen Um zu gewinnen. Nehmen wir mal das. Ey, nicht auf mich schießen. Das ist nicht nett. Mach ich gar nicht. Du weißt, ich hab dein Stream mitlaufen, ne? Nein, ich versuch dem Bayer irgendwas. Ja, ja, ja. Der Armin hat euch gar nicht getan. Immer auf die Kleinen. Ja, den kriege ich. Loll. Luckshot. Jetzt ist in der Grube gefallen. Ich kann's in Napalm rein schmeißen. Ne, Henni. Mein neuer Rekord war 32. Vor uns hatte ich mir irgendwas mit 32 Zuschauer gehabt. Finde ich aber echt cool. Den Rekord knack mal. Ja, klar. Komm, 1000 heute. Easy. Ne, Spaß. 2000, komm. Wenn schon, dann richtig. Wenn ich das so schieße, Ne, ich muss so machen, sonst kriege ich das direkt wieder ab. Sind das eigentlich Läscher da oben? Pumm. Wenn du da rein schießt, kommst du da raus und da und so. Hast du jetzt nicht oben das Rote reingeschossen gerade? Wer war das? Maurice? Was? Was? Warte, ich wollte mal eben, ähm. Ihr habt doch gar nichts gebar. Feuer mal. Warte, ich schick mal eben, äh, wer war das CMX? Wolltest du mitmachen? Whispern? Klar. Maurice muss ich dann nachher bloß mal hochziehen, CMX. Ah ja. WB-Firmen. Mal schauen. Oh, mal 2 Damage. Der wird sich durchschießen. Und trifft dich selber. Ne. Fast. Aber ich hab ihn einmal getroffen. Tobi hängt am Abgrund. Guck mal, wenn du jetzt in das Blau reinschießt, müsstest du doch fast den direkt treffen können. Naja. Theoretisch. Praktisch sieht das zwar anders aus, also. Dein Ernst, Sega Star? Du zockst Kaunerspray und weißt nicht, was der Dreamhack ist? Traurig, traurig, traurig. So was muss man nicht wissen. Kann man nicht essen? Ja. Das kann man essen. Fischis. Oh, perfekt. Ich hab auch perfekt getroffen. Matsch. Der wird ja richtig direkt hier. Auf die stille Treppe, genau. Ein Platz vorbei ist für Sega Star. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht. Er weiß nicht, was die Dreamhack ist. Was? Am besten, wenn du einfach mal ein Dreamhack eingibst. Bei YouTube, bei Google oder sonstiges. Was? Wenn der unten durchgekommen ist. Hallo. Der wird wieder hochteleportiert. Das ist ja lustig. Ich mag Busy nicht. Warum? Ich schiebe mir Aua. Awww. Ich werde jetzt volle Möhre daneben schießen. Achso, ich brauch gar nicht schießen. Ich hab ja ein Earthquake. Was ist Earthquake? Earthquake ist quasi, wenn die ganze Erde zittert und alle damage kriegen. Oh seh. Erdbeben. Yay. Nachschub. Oh mein Ohr. Mach mal Vulcano. Ich hab keine Ahnung, wo das landet, ne? Genau, Watkins. Oh Mann, genau. Watkins, was ist ESL? Oh. Uh. Hey. 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 Busy will mir weh tun. Das gefällt mir nicht. Busy, wie kannst du nur? Busy. Ähm. Ich denke mal zeitnah. Also es läuft jetzt seit 15 Minuten. Also 5 Minuten lass ich noch laufen ungefähr. Ich will aber nicht so sein, dass jeder die Chance hat. Vielleicht hast du jetzt sogar die Chance für einen Mann. Ich bin so gut, ey. Ich treffe jeden Shot. Aber irgendwie bin ich auch fast tot. Ach so, daran erkennt man das. Henni. 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 Was tust du? Warte mal, wenn ich hier... Dann müsste ich eigentlich Spizzy treffen. Das ist... Noch ein Stückchen. Das ist ein bisschen... Wieso schießt du sofort in das Rote rein? Ich schieße es mal Tobi ab. Der hat eh zu viel Leben. Ich schieße... Bitte lass mich treffen. Und bitte mal zwei. Bitte mal zwei. Oh, das ist so knapp gewesen. Oh Mann. Was ging es genau? Sehr schön. Ja. So. Ähm. Roller ist gut. Dann müsste ich es auf jeden Fall schaffen. Auf geht's. Nein. Ich habe einen Roller geschossen. Es gibt halt die... Wenn du davor schießt, dann rollt der halt so lange, bis er den trifft. Okay. Dann gibt es noch einen Back Roller. Der tut halt dahinter. Und dann rollt der so lange zurück, bis er halt... Weißt du? Aha. Ja, mal hier. Gräbst du dich jetzt ein? Nein, nein. Das ist quasi Tunnel. Der tut halt unterirdisch dann schießen. Ah, okay. Aber ich weiß nicht. Ich werde das bestimmt nicht treffen. Mal gucken. Ein bisschen steiler. Oh, fast! Ach so, scheiße. Ich habe übersehen, dass der schon so ein Graben ist. Mist. Irgendwas liegt da. Ich will wissen, was das ist. Oh, scheiße. Kill. Ach, der ist schon... Wir wissen, was das ist. Da ist irgendwie so ein Ding. Der Arme, ey. Ich würde gerne mal wissen, wer das war. Bist du eigentlich, ob das ein random war? Oder... Ich glaube, das ist schon random. Ich weiß, es ist ein Pepperojis. Ah, wieder zu weit. Ey! Ich habe alles aufgegriffen. Ey! Hallo, ich habe Geburtstag. Lass mich mal gewinnen. Hol dir das Mini-Pack. Ja, das bringt mir nicht viel. Klar. Zu kurz. Ne, kommt an. What a skill? Ja. One Bounce. Ja, ich sehe es schon. Ihr Schweine! Genau. Geht die coole Dame. Pass auf, du schießt jetzt gegen den Berg oben. Alles easy. Du kühlst dich selber, das sehe ich jetzt schon. Ist was? Was? Oh. Ah, der Skill. Oh mein Gott, ich bin sowas von am Arsch, ey. Ich habe nur so 85 Leben. Ihr Schweine! Ihr habt Kenny getötet. Was finde ich da jetzt gar nicht nett, ne? Ach, was? Ich mache jetzt so eine Granate, Leute. Ah! Ach, so eine Granate. Rainbow! Rainbow! Puh, ich will sowas von... Ah, das ist nicht schlimm. Wenn ich verliere, dann gehe ich wenigstens mal kurz auf die Seite. KennyS. KennyS. Ja, wie Peking. Haha. Ja. Das stimmt wohl. Es gibt viele Gameplays von ihm auf YouTube. Oh je mein Gott, ich habe 15 Armo dazu bekommen, als ob mich das jetzt... Was ist Baby Seagull? Was ist das denn? Okay, das muss man jetzt direkt mal ausprobieren. Ah, letztens, weil ich in Matchmaking die Meinung war, sich wie zwei von Phonetic zu nennen und haben voll verkackt hier. Hehehe. Hat nicht mehr Skill, ne? Ja, das stimmt. Danke für den Follow-Sippe! So, warte. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, was Baby Seagull ist. Oh, das ist ja süß! Ach, cool! Schmeißt Minibon-Boden. Ja. Hallo. Hi! Das war cool. Das ist Glideown. Was ist eigentlich mit Henny los? Hat er verloren schon, oder lebt er noch? Ja, das müsste ich auf Auto-Storm. Ach so, der ist auf St... Ja, okay. Goobies! Warte mal, Goobies, Goobies, Goobies! Was habe ich noch so Tolles? Ach, Goobies! Ja, unbeschwert, ich bin sowieso tot. Hi! Ich bin 22. Gewonnen. Unser Team ist gut. Wir sind 22. Gewonnen, Mr. Mini. Entschuldigung. Wir! Menschen, Menschen! Dankeschön, Nexos! Oh, hat die wieder so einen Luck heute! 15 HP, GG! Warte, komm, einfach mal YOLO! Ich treffe mich garantiert selber, aber das ist egal. Ja, guck mal, alle auf mich! Aber wirklich alle! Das ist so unfair! Alles klar, Sega Star! Tschüss! So, na gut, dann spielt man zu Ende, dann kann ich in der Zwischenzeit auslosen. Ich habe doch schon bedankt, ist kein Nexos gesagt. Also, habe ich nicht hier. Nexos, oder? Ich habe mich schon bedankt bei dir für die Glückwünsche. Meines Erachtens müsste ich das schon getan haben, aber trotzdem nochmal danken. Ja, das hast du. Siehste. Ähm, das nennt sich Tibestream. Warte, ich muss selber erstmal gucken, wie das geschrieben wird. So, okay, dann werde ich das mal auslosen. Und 23 Leute haben mitgemacht. Von 33. Also, wer jetzt noch das Dreamhack Merchandise Paket gewinnen möchte, der muss genau jetzt nochmal abstimmen. Und danach löse ich aus. So, du kannst mir das schon mal aufgeben, weil ich will das ja nämlich mal zeigen, was da alles drin ist. Achtung, es fällt bestimmt alles raus. Siehste? Sag ich doch. Also, ich muss dazu sagen, ich war dezent enttäuscht gewesen, wo die mir das zugeschickt haben. Bitte auf die Ohrung. Weil, ähm, ja, ich hätte mir ein bisschen was schöneres vorgestellt, aber egal. So, dann werde ich das jetzt mal auslosen. Und zwar. Achso, da muss ich jetzt erstmal wieder, warte, 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 warte. Da muss ich das jetzt anders machen. Hinzufügen, Fensteraufnahme, bla bla, dashboard. Okay. Dann machen wir jetzt, ähm, Ausschnitt wählen. Wir wollen nur den Ausschnitt haben. nein, jetzt habe ich mich geklickt. na, sag mal jetzt. so, okay. also, das merchandise paket hat gewonnen. beenden. gewinnokion und du 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 du. noch mal arfenzitat. glückwunsch. du hast das dreamhack paket gewonnen. ich zeige jetzt mal kurz alles was drin ist. in der zwischenzeit kannst du mir schon mal via whisper deine adresse zukommen lassen. denn ich muss dir das ja zuschicken. so, dann mache ich das aber derwelle mal hier kurz weg, dass ihr das halt seht, was noch im hinterfond läuft. danke für eine freunde nexus. so, und zwar ist hier so ein sticker paket drin von verschiedenen typischen e-sports spielen. äh, spielen. zitate. und zwar never waste diamonds on a hoe. ich muss mal kurz so, dass ich das halt sehe. das ist halt der erste sticker. dann war war never change. das ist der zweite sticker. jana versus jana. welcome to the summer's rift. captain kerb is glimping in mountain. auf a3 kurz 2 lang. i said good day sir. last land standing. als dass hat was von einer dreamhack zu tun direkt. äh okay das lese ich jetzt nicht vor, das ist mir zu viel. So und nun geht der Launch Detektik. Detektet, 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 detektet. So. Und nein, Sibbel habe ich bis jetzt noch nie bekommen. Keine Ahnung warum. Der letzte Aufkleber. Warte, ich guck mal eben nach, aber ich habe bis jetzt eigentlich noch nie sowas bekommen. So, in der Zwischenzeit kann ich ja mal weiter. Okay, wartet, wartet. Oh, ich hasse mein Postfach. Nope, ich habe nichts bekommen. Keine E-Mail. Und das wäre mir auch neu, dass man automatisch eine E-Mail bekommt mit Gewinnerinformationen. So, dann halt so eine Postkarte von Dreamhack 2016. Dann ist eine Mütze dabei. Eine schöne Beanie Wintermütze, wo halt vorne drauf steht, Dreamhack 2016. Dreamhack Leipzig so rum. Hier ist ein Haar von Penny drauf. Was denn? Uns Spreiten. Ist der Sticker green. Ja. Der Sticker ist nicht grün. Ach der ja, der ist grün. Ja. Wie gesagt, hier so ein schönes Beanie, wo Dreamhack Leipzig draufsteht. Dann eine Sporttasche, wo auch noch mal vorne ganz groß Dreamhack draufsteht. Dann eine, das kannst du dir ans Auto legen, eine, hier so eine Weste, wo halt hinten auch da steht. Dreamhack. Oh, jetzt muss ich gucken. So, Dreamhack. Und vorne halt auch noch mal einen kleinen Dreamhack. Und dann halt das Poster, was jetzt allerdings leider in Mitch Leidenschaft gezogen wurde, weil da ich das eingewickelt habe. So, ja, das war's auch schon mit dem Gewinn. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass, ja, wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch auf das Post ein Autogramm drauf machen, aber wer will das schon? Warte mal, ich... Ich? Ja, z'neben. Du musst erst mal was gewinnen. Ja. Kann auch mal Autogramm drauf machen. So. Achso, ja, warte, warte, warte. Wir müssen aber noch den Namen drauf schreiben. Warte mal, ich muss hier, äh, wo ist es? Ja, da ich schaff's. So. Genau. So, okay, also, Affenzitat. Oh, das passt. Du kannst, hast du schon mal die Adresse aufgeschrieben? Nee, mach ich gleich, warte. Oh, dann warte, dann kopier ich's einfach bis rein. Nein! Boah, so nett. Einer aus Österreich. Yeee. So, warte mal, jetzt muss ich erst mal hier das. Ähm. Ich bin beim anderen TS, ne? Alles klar. Dankeschön, Handy. Ciao. Bis später. Ciao. So, ich hoffe mal, dass ich nachher noch hier, äh, zurechtkomme mit den ganzen Gewinnen. Hallo, Daniel. Wir sind noch immer nicht fertig. Ja, ich seh's schon. Übrigens, Sattel, Dankeschön für dein Teil des Streams. Hat mich wirklich sehr gefreut. So, okay. Ausblenden, zurücksetzen. Dann mach ich jetzt erst mal so einen kleinen, kleinen Spieleki und danach, ähm, verlose ich dann die Maus. Ja. Gut. So, was kann man denn mal schönes verlosen? Machen wir mal das. So. Du Affe. Ja, klar. Leck mich. Ah, alles klar. Streamst du selber nebenbei, Daddl? Echt jetzt? Ich glaube, unsere Pizza kommt. Zumindest habe ich gerade irgendwie eine Autotüre gehört. Mal gucken. Yeel liegt parat. So. Just Cause Collection. Auf geht's. Nein, nein, nein. Jetzt hab ich wieder was für Kack. Nee, das macht... Pizza! Das war dann die Pizza. Die hab ich gute Ohren. Ja. Das hab ich sogar gehört, Mann. Ah, okay, Daddl. Das eh ohne Spaß. Ich mag mein Tool manchmal nicht. Der zeigt mir alles an, noch nicht die Host. Ich hab alles mögliche eingestellt und das ist halt angezeigt bekommen, wenn mich jemand tostet. Aber irgendwie... Ja, zeigt es zwar an, wenn ich mal teste, aber dann nicht mehr, wenn es dann halt wirklich so ist. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist blöd. Naja. Ich mein, kann man nicht ändern. Hallo, Aragi. Ja. Noch nicht. Ja. So. Oh. Nein! So ein Lacker! Glückwunsch, Tobi! Mit 11 HP! Wie viel HP ein? 11. 11, oh. Uh. Oh. Das ist echt knapp. Glück. Wahnsinn. Oh, das dauert aber jetzt lang. Ja. 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 So. Ich muss nur noch das Spielauto starten. Okay. Dann leg mal los. Ja, warte mal. Ja, ich muss erst mal auf das. Ja. Ja, ganz entspannt. Wie kann man hosten? Du musst bei deinem Dashboard unten runterscrollen. Dann kannst du bei dem Hostmodus Off einfach draufklicken, deinen Namen eingeben und dann Hosting starten. Irgendwie sowas war das. So, ich bin jetzt aber mal ganz kurz für kleine Mädels. Ich bin sofort wieder da. Das läuft ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich würde sagen, die mit Bart und den hier Dingestens ist die echte. Komm her, ess. Zum Glück habe ich so einen großen Schreibtisch. Möchtest du noch Kabel oder sowas haben? Ne, ich ess jetzt wie ein Schwein. Ich mache jetzt so einen japanischen Ess-Stream. Halt es sowieso. Bring aber bitte mal Säber mit, wenn es geht. Säber! Bolettenpapier! Was ist das für eine Map? Nö. Oh! Oh, das duft jetzt so gut. Ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht mal genau sagen, Quickie. Ich denke mal ja, aber ich kann es dir wirklich nicht genau sagen. Stimki oder was? So, warte mal. Dann kann man ja gucken. Mhm. Dankeschön Tino. Also, also irgendeinen muss ich ja jetzt wohl treffen, oder? Ja. Au. Das finde ich nicht fass. Sehr schön ein bisschen. So kann man es auch machen. Das könnte ich sein, ja. Ja, ja. Warte mal zeigen. Cool. Mhm. Mhm. Möchtest du die Schnuffel? Mhm. Möchtest du mal essen, Gangi? Möchtest du mal essen, Gangi? Mhm. Das stimmt, Aprinas. Mhm. Was ist denn das? Das sieht doch nicht aus wie eine Calzone. Da ist nichts drinne. Die ist ja. Guck mal. Das soll eine Calzone sein. Ey, die ist so flach. WTF? Das ist wie eine Pizza. So sieht meine Pizza aus, wenn ich eine Pizza mache, ey. Mhm. Mhm. Also wenn ich dann, ja, ich denke mal, wenn ich dann tot bin, dann los ich eben das Gewinnspiel aus, mach das Maus-Gewinnspiel und danach stelle ich um auf Destiny. Also Veggie, falls du noch da bist, danach geht's dann los. Mhm. Das ist so eine Schweinerei. Oh, lecker. Mhm. Das ist übrigens lecker. Hast du mal gekostet? Hast du den Skill gesehen? Boah. Das ist gerade hier zwischen Bissi und Maurice und ist dann in beide Richtungen und hat beide getroffen. Der Skill. Ja, der Skill. Aha. Das Witzige ist, man sieht einfach mal den Inhalt deines Essens nicht. Den Inhalt meines Essens nicht? Ja, durch deine Cam. Irgendwie wird das ausgebrennt, da hat's irgendwie was Unsichtbares drin. Ach so, ja, das ist Salat. Salat. Auch grün, das ist viel zu gesund. Ey, das schmeckt ja immer so lecker, das könnt ich mir jeden Tag kaufen. Ich hab hier, ähm, das ist so Fladen. Fladen mit Knoblauchsoße drin. Ganz viel Knoblauchsoße drin. Und hier Salat. Haha. Tobi, nein! Ich hab Tobi gegrüßt. Du Böse! Böse, Böse! Tobi! 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 Ei, morgen werde' ich, wenn ich dann am PC gehe, mich wundern, warum mir alles klebt. Wohl, das geht ein bisschen vorbei. Oh, meine... Meine Blumen war auch gut. Ey, hier sollten wir mich töten, ja? Ich will in aller Ruhe essen, los! Jeez, will ich mich eigentlich auch selber töten? Immer müssen wir auf die Nähe warten hier. Was? Ach so? Sag doch was, ich hatte ja schon fertig, ich wollte bloß noch die Lehrteste drücken. Grenade! Ach, verdammt. Übrigens, wieso ist ein bisschen nicht im TS? Weil nicht gekommen ist, dafür kann ich nichts. Schreibst du mal im Chat? Äh, Affenziekler hat gerade gewonnen. Miss Elina. Nein, ich war's. Ha, ich. Bisschen möchtest du ins TS kommen? Nein. Na. Bisschen ist schüchtern. Ja, klar. So, Scheiße. Ich schieße oben das Rote rein. Hm. 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 Toll. Ich hab ja nicht gemerkt, dass der da nach oben schießt, wer ist denn das Ding rein? Ja, ja. Ich dachte, er würde das wegziehen. Naja. Hm. 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 Ich versteh nicht, Tobi ist doch schon tot, warum schießt man da weiter auf ihn? Hm. 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 Ne, Larina, das ist Flatenbrot. Mit Knobisauce. Ich hab voll Hunger, ne. Ich hasse dich. Hm. Ist das die Rache dafür, dass wir letztens mal im Stream so viel Essen gepostet haben, ja? Ja. 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 Ich bin aber eh gleich voll, weil der stopft. Ah. Ich kann mir jetzt schnell was holen. Könnte. Wo ist eigentlich Penny? Ach, die liegt noch. Die Penny. Ich habe immer noch viel Leben. Ihr sollt mich töten. Ich muss lauten. Wow. Ich habe ein Damage gemacht. Ich will nicht mehr. Ja. Welch, das muss sein. Mhm. Von irgendwas muss man... Ja! Bisi Maurice tut immer weiter zusammenrutschen. Das finde ich gut. Ja, das vermischt einfacher. Ja, Bisi und ich, wir machen Suicide Bomber. Ach so. Wir fahren zu euch hin und dann Allah Akbar, weißt du? Okay, Bisi ist fastとう. Bisi, fahr doch nicht zu mir! Wenn ich das hier mache, dürfte ich eigentlich theoretisch alle treffen. Dankeschön, Mechi! Oh fuck! Volle Möhre daneben! Ja, du hättest uns fast alle getroffen, oder? Ja eben, deswegen. Aber ich war ein bisschen... Jo, Mechi, ich tue dann nach der Runde auslosen und danach geht's los. Durch die Nähe. Durch die Nähe, genau. Wieso hab ich einen Shot? Ich wollte eigentlich... Was? Löl? Wieso die sind da und du bist die Letzte mit dem... Kate Kabel? Ja. Los, gewinn das Ding. Nee. Wird nie wieder jemand mit dir. Wow, sieben Damage. Das ist irgendwie richtig doof, wie das steht. Weißt du, so übelst an der Kante unten. Da kann man gar nichts treffen. Geht das Wort zu weit scheiße. Ah! Ah! Den Kalzonen riecht übelst. Übelst nach Paprika. Ach so, ich muss ja mal auf Feuer drücken. Ah! Fuck! Das war so knapp. Komm, ein Snipe haben wir noch. Komm schon. Was? Wie sagst du denn jetzt einen Kaktus? Ich wollte gar keinen Kaktus haben. Ich wollte einen Snipe haben. Ich wollte einen Snipe haben. Schnieper! Komm jetzt aber, los! Wie viel Leben ist denn da noch? Ach so. Oh, das ist mies. Tun kann ich noch. Spielt der eigentlich Stefan danach mit? Ist ja Stefan da, nein. Stefan ist glaube ich gar nicht da. ok das wird richtig knapp werden ich bitte dann sowieso destiny na ja genau okay dann kann ich ja so lange ein bisschen stumm sein ich werde aber nachher wahrscheinlich aus dem tss sein morris ne also ich war beim tss du es nicht ich bin du stumm nee ich sag was ich werde nachher rausgehen weil skype und tss das ist sonst für mich nicht ah ja ja kein ding kein ding gut dann bis nachher ja ja bis später komm schon ich muss gewinnen es wird so knapp 71 71 ach komm schon der hültige ist medipek oh fuck hat er das jetzt abgeschossen das ding so knapp jetzt steht er dass sich das medipek holt mhm so komm schon wo der oben what ok ich bin sowas von einem arsch ich bin sowas von einem arsch oh gott jetzt muss es jetzt muss es aber wirklich treffen weil sonst das schaffe ich nicht mehr wir brauchen eigentlich nur einen hit zu treffen ja dann streng dich an oh fuck viel zu weit ja ok bei ihm aber auch das passt so wenn er zu stehen bleibt dann habe ich eine gute chance ich habe noch 14 hp oh die kommen nein 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 oh man ich bin tot ach man das war richtig knapp gewesen so nice nice ja dann los ich das jetzt aufs aus und mache das maus gewinnspiel ich bin erstmal raus aus shell shock vorerst ja du ja weil wie gesagt ich habe ja gesagt so gegen 20 ohren dann mache ich erstmal destiny destiny so ähm dann kann ich das jetzt ja nochmal machen mit dem was kann ich machen das ah soll ich was gucken zack 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 dankeschön tony lieber mal nicht toni oh toni doch toni wartheim war toni oder ich will jetzt nichts falsches sagen auf jeden fall dankeschön oder tobi tobi war es glaube ich nicht toni Tino genau Mensch das ist doch auch dasselbe fängt auch mit Tee an sorry wie peinlich aber es war ähnlich es war ähnlich so ähm okay dann los mit maus genau ghost es fängt auch mit Tee an es ist auch irgendwo ein O drin und eine I das passt schon so auf jeden fall war ich schon nah dran gewesen ja so okay die just cause collection hat gewonnen du 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 und nicht schon wieder Affen nicht schon wieder Affen nicht schon wieder Affenzitat ja 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 gewonnen hat Bombojo Glückwunsch so das werde ich dir jetzt auch direkt mal ähm via wisper schicken kopieren wo ist jetzt hin? da im blauen wisper so so bitte fein da ist dein Kiel so dann mache ich das jetzt wieder weg ich wünsche dir viel Spaß damit die ist so es geht jetzt um diese maus Gelsponsor von Cupid an einen Subscriber von mir. Und jetzt das große Rennen. Wer wird gewinnen? Busy oder Tobi? Alles klar. Dankeschön Tino. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Busy oder Tobi. Ich starte das Gewinnspiel jetzt. Es können ja eigentlich nur zwei Leute mitmachen. Das heißt, mal schauen. Sobald dann die zwei Leute mitgemacht haben, also eingetragen haben, starte ich dann die Auslösung. So, ihr habt ja schon mitgemacht. Haha, es ging ja mal schnell. Sacken ist leider schon zu spät abrin aus. So, also wie gesagt, es geht um die Maus. Jetzt könnt ihr mir mal aus Spaß in den Chat reinschreiben, wer gewinnt. Busy oder Tobi? Ich sag Busy. Okay, du sagst Busy. Was sagt ihr? Was sagt der Rest? Tobi? Okay. Busy, Tobi. Okay. Ich. Okay, dann wollen wir mal die Leute auf die Folter spannen. Wir machen jetzt hier und wieder mal so. Und los und aus. Gewonnen hat... Tobi! Glückwunsch! Sorry Busy! Glückwunsch! Siehste Busy, ich hätte das ja doch am Anfang des Streams verlassen müssen. Ich habe zu dir gesagt, komm. Für die 130 Euro kann ich die Maus auch direkt an dich verlassen. Tut mir furchtbar leid, aber dafür beim nächsten Mal. Auf jeden Fall Glückwunsch Tobi. Ich tue es mal mit zu deiner Kiste. Da kann ich ja hier... Tobi ohne Spaß hier dann... Am Ende des Streams habe ich dann hier so ein riesen Paket und alles nur für dich. So, okay. Tut mir echt furchtbar leid, Busy. Ich hätte es dir auch sehr gegönnt. So, ähm... Ja, jetzt muss ich bloß mal gucken. Bei 1000... Äh, 1000... Heißt du... Ja, toll. Erstmal schön direkt in... Äh, keine Rückmeldung bei meinem Stream. Oh mein Gott! Wie ist denn meine Webcam eingestellt? Übelst, übelst bunt. Wieso ist die so bunt? Nee, du musst hier, äh, Busy... Du musst bei Destiny, musst du eingeben. Destiny the Taken King. Aber es ist nicht schlimm, ich habe es jetzt gerade eingestellt. Ich muss jetzt mal eben ganz kurz, ähm, meine Webcam ordentlich einstellen. Das sieht ja richtig bescheuert aus. Ja, ich sehe es. Das ist ja übel. Alles... Ich werde es jetzt mal komplett weg machen und nochmal neu machen. Dealer. So, mal gucken. Äh, Deal... Okay. Hallo zusammen. So, mal gucken und mal komplett neu machen. Weil das sieht ja richtig dämlich aus gerade. Was? Wieso ist das denn... Wieso ist das denn... So... Na komm, grüne, es geht weg. So... Das sieht doch schon mal dezent ein bisschen besser aus. Als das komische, äh, irgendwas was da war. Denke ich mal, hoffe ich mal. So... So... Wieso, da kann ich ja mittlerweile mal den Stuhl zur Seite räumen. Dann muss ich aber auch mal meinen Fernseher anmachen. So... Ach no. Ach so, stimmt. Ja, warte, 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 warte. Das muss ich ja einstellen. Warte... Warte... Jetzt müsste es aber hinhauen, theoretisch, bissi. Gehen sitet die hin? Nee! Ach Leute! Da muss man alles neu einstellen! Das ist doch doof! Last Follow? Hallo? Der Last Follow will nicht einzeigen! Komm schon! Jetzt! Ich hasse es! Ehrlich ey! Das ist sowas Beklopptes jedes Mal! So! Jetzt aber! Okay! Dann bin ich aber jetzt erstmal kurz raus aus Skype, weil ich aus TS, weil ich dann in Skype muss, ne? Okay! Bis später! Hattest du Bub nicht in Autos Skype noch einladen? Womit einladen? In Autos... Skype! Äh, in Skype, das mach ich jetzt nicht, weil ich nehm jetzt erstmal bloß die in Skype mit auf, die jetzt Destiny zockt! Tut mir sorry! Aber wir spielen bestimmt nachher nochmal irgendwas zusammen, irgendein Spiel! Mal gucken! Ja! Ja! Wenn ich da noch on bin! Ja! Denk ich doch! Hoffe ich doch! Anders! Wir können ja auch morgen oder übermorgen! Also! Ich streame auf jeden Fall am Samstag nochmal! Und wie es sonst die Woche ist, weiß ich noch nicht ganz genau! Okay! Okay! Dann bis später! Bis später oder bis Sam... S... Tag! Genau! Perfekt! Tschüss! So, ähm, Skype. Skype, Skype, Skype. Äh, blub, 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 cornpiece. Oho, Redibot. Redibot ist ja voll am Ausflippen jetzt gerade. What the fuck? Ey, Redibot ist doch echt manchmal so für den Arsch, jetzt mal ohne Spaß. Ehrlich ey. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Geht das? Ah, jetzt. Juhu! Jetzt ist er zu laut oder zu leise, das müsst ihr jetzt mal bloß mal sagen. Hallo. Ah, Hallöchen. 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 Ich hab die Hälfte verpasst, wir hast noch bei Kontersberg abgeschlossen. Äh, sieben Euro hat er verdient. Uuuuh. Ja, war's aber nicht so ganz so gut, ich, wie gesagt. PC ist nicht so meine Welt. Ja, aber es ging. Es ging. So, warte mal schwimmen, was ich derweil jetzt schnell das nächste gibt, wo wir ihn machen. Mach das mal. Ne. 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 Veggie, hast du schon gesehen, die neue Mission, die du dem Turm annehmen kannst? Ja. Was muss man da machen? Ich hab's ja noch nicht fertig. Ach, du hast noch nicht fertig. Na, ich weiß aber, was man machen muss. Ist nicht so tragisch. Okay, was musst du denn machen? Du musst, ähm, auf die Patrouillen-Missionen musst du die Missionen finden mit, ähm, wie heißt das mit der Überladung? Ja. Wo du die Felder einsammeln musst. Ja. Wo du die Überladung nie unter ein gewisses Level schmeißen darfst. Ach so. Okay. Nein, ich muss meinen Ton ausmachen. Sonst hört man, dass er doppelt im Stream. Ja, ich hab mich grad doppelt gehört. Ich hab jetzt grad meine Warte noch eingestellt. Na, das war ich. Entschuldigung. Ich hab mitunter laut gehabt. Ne, das war ich grad. Ich hatte meinen PC, äh, meinen Fernseher noch angaben. Ähm, 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 ähm. Keine Ahnung, was du sagen willst? Bis, war jetzt deine Überraschung schon irgendwie geschrieben worden oder habe ich was verpasst? Äh, du, 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 du. Weil irgendwas hattest du ja gemeint gehabt. Ähm, ich überleg' was grade, ob ich... Ne, das mach' ich nachher, wenn wir dann die Evil-Wolf entzocken. The Evil! Das ist... ...Mauspatter. da unten ist mein schädel genie liebungen selbstgeschriebenen jokals ich habe keine ahnung was du meinst sind eigentlich die zwei jungs laut genug oder muss ich das noch mal die ist ja schon bei mir beigetreten mir gar nicht ach da unten müsste das hab ich gar nicht mitgekriegt jahre hin und her diese geschehen nachgelaufen das ist das ob man sich nicht mitbekommen das ist der schädel vom vom ausseilis die japanen als passage erwartet noch die europäischen voll spaß mitmachen das ist ja heute wieder ja ich muss ich schaue schnell nach ob sie schon behoben haben weil es hat nämlich einen leichten bug gegeben dass im dämmerung strike nicht mehr weiterkommen ist können dass eine tür nicht aufgegangen ach du scheiße dankeschön tobi für dein feedback ich tue euch einfach mal beitreten ne ja schau mal gibt es ja so schöne seiten ich will jetzt keine werbung machen aber trotzdem mein mmo ja gut das bekannteste website für destiny dein ernst das karamellchen ist beigetreten aber du wirst gleich mal zum team truppenführer befördert hat er denn gemacht die karten sind geschenkt cool kann man das wieder gut machen das kann man gar nicht mehr gut machen du bist ein dickes küsschen von mir auf der wange das muss ich aber aufnehmen dann das was ich mir nicht entgehen wie kann man das wieder gut mache ich lade ich auf jeden fall zu mcdorfen dann war ein auf der dream damit dann abends alle essen gehen ok da komme ich mir richtig schlecht vor ohne spaß die support ist nicht immer so krassen ich mache eigentlich gar nichts dafür wahnsinn schreibt das wollen wir alle sehen also schatz auch wenn ich so mit meinem handy aufnehmen das ist egal es geht ums prinzip genau so und wenn sie funktioniert erst mal gelesen funktionieren tut es noch nicht mehr wir können es probieren ja aber was ist ja aber ich meine stream ist ja ich werde ich zweiter so was wir machen können doch keinen doch kein jahr der morgens noch verpackt ist noch verpackt ist noch verpackt kann man noch kann man noch nicht spielen welcher ist es denn eigentlich die dunkelklinge und da geht wobei den kreischern der türen ja genau ok ok das ist doch auf jeden fall danke für sie ich komme richtig schlecht vor jetzt das ist du ok also kein dämmerungszeug sehr schadet dann machen halt wenigstens ja mach das mal da kann streiter münzen wenigstens mal einschmeißen genau habe ja noch 106 habe letzt mal nicht gefahren ich habe noch drin kam nicht dazu ich muss das nach mein xbox live ist heute ende ist am sonntag abgelaufen hatte jetzt noch eine karte für zwei tage gefunden das schlimm ist ja bei destiny kann es ja im internet nicht zocken das ist leider das problem ja das ist leider da hat er extra extra für den stream heute hat er extra eine zweitageskarte reingehauen ich bin wenigstens froh dass ich eine gefunden habe ist das nicht süß ich habe alle spiele durchguckt ich sehe ja ich habe noch zwei tage gefunden ich bin so mega gespannt auf auf die wir werden weil ich hab das ja noch nie gespielt der trailer sah auf jeden fall schön aus also da war nicht verkehrt ich sollte mein handy mal echt auf lautlos machen die ganze zeit nur am die 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 dem pass auf jetzt spielen wir bestimmte dunkelklinge als normalquests ne wieso ich hab da nicht zugehört ach du hast die delhi gemacht oder ne fordstrikes delhi ja ja ich dachte du hast einen richtigen strike gemacht ja das ist auch ein strike ach das ist königsmord ja das ist königsmord da kann ich dir noch paar äh wie nennt man die fragmente zeigen ja leckt das so sehr ist als liegt es jetzt bei mir am stream oder jetzt am internet bei jetzt würde ich jetzt gerne mal wissen hat jetzt jemand von euch probleme damit mit dem stream irgendwelche lecks oder so also bei mir leckst du bis jetzt noch nicht ne bei mir läuft es ja auch flüssig aber ich würde es halt gerne wissen weil einer hat halt extreme probleme damit das ist dann echt mühsam ich bin ein bisschen du warte mal ich muss noch mein schwert rein machen aber keine schwere munition ja dafür hast du doch synthesen genau ich hab heute wieder welche verschwendet dass ich auf vorbedrangen nach 24 komme ich würde mich extra mal hoch spielen oh mein gott ich bin so am arsch oh mein gott er ist auch noch ne hexe der bleibt aber ein stückchen wieder zurück da passiert nix oh mein gott aua 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 wir müssen hier ach dem dicken müssen wir ja da hinten killen ähm alles klar Tino hast du mal hast du mal den streamer gestodert das komplett mal raus sterb 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 die rechte hexe die geht ihnen auf den sack ach da ist der Oz komm her ich seh dich ja wo sind die jetzt hin geht wieder hoch ach ich hab kein scharfschützengewehr ich wusste mehr ja der zählt doch eigentlich auch schon als Boss der könnte doch glaube ich auch schon was droppen ja der könnte schon was werfen mhm theoretisch wäre es möglich aber praktisch funktioniert es meistens nie so jetzt ist er gleich up noobies damn ja ich bin doch nicht in der nähe bei mir hat er auch schwere munition fallen lassen juhu ja ich hab auch noch schwere bekommen ach die ganzen mobs stehen ja noch da warte mal ich renne da schon hin eieieiei Achtung die linke Hexe steht noch ja also bei mir dann nichts fallen lassen und meine 3dermünzen 3dermünzen sind weg also haut euch neue rein juhu warte 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 gewisig